Ich, ich spiel für Chile. Moin moin ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zum ersten Achtelfinale des WM-Oracles mit Asilien Chile, das heißt Universal mit dem Jack. Chile, ja. Genau, hammergeil. Ohne Scheiß, mega Überraschung, dass Brasilien im Achtelfinale, nein natürlich Chile im Achtelfinale gelandet ist. Also für mich war das ja klar, die Chilenen, ein super Team. Ja, ist krass, die haben auch wirklich gute Spieler, mir fällt da jetzt beispielsweise Alexis Sanchez ein. Ja, Sanchez, großartiger Mann. Da ist er auch, jetzt hier auf dem Bild bei mir und natürlich Vidal, die haben schon krasse Spieler. Ja, was habt ihr so zu bieten? Oh, ich hab Neymar. Neymar reicht aus für Brasilien. Der macht das ganze Team, ja. Und wahrscheinlich generell halt den zwölften Mann als Zuschauer. Ja, ähm. Und den dreizehnten Mann als FIFA. Die FIFA ist ja auch irgendwie zurzeit relativ arg in der Diskussion oder sowas kommt, also zumindest munkelt man das ja so. Man munkelt. Irgendwie die südamerikanischen Mannschaften bevorzugt werden, aber ich glaube, das ist eher Bullshit. Vielleicht sind die einfach ans Klima gewöhnt, ne? Ja, ich glaube schon, dass die da einen Vorteil haben, auf jeden Fall. Aber warum auch nicht, ne? Ist ja halt auch nur fair. Die haben wahrscheinlich dann in Europa dann vielleicht auch Nachteile, keine Ahnung. Ja, da haben die Ausländer dann halt Kreislauf und sowas. Ja, richtig. Genau, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier losgeht. Also ich gehe aber mal ganz stark davon aus, dass trotzdem Brasilien weiterkommt. Ja, das werden wir noch sehen. Bin ich gespannt. Ja, es hatten wir ja schon gesagt, Chile ist auf jeden Fall, ähm, es geht schon los. Chile ist auf jeden Fall Überraschung. Auf jeden, wie gesagt, auf jeden Fall. Chile ist für mich mit Costa Rica, glaube ich, die Überraschung bislang. Ja, wir sind ja auch super Typen hier, muss ich sagen. Dankeschön für den Ball. Und gleich geht's weiter. Guck mal, direkt Torschuss. Ja. Ja, diesmal lasse ich mich nicht lumpen. Zack. Oh, Dankeschön. Alter, was ist denn da los? Ich bin Anfänger, muss ich dazu noch sagen. Ja, das ist gut. Dann habe ich vielleicht mal endlich eine Chance zu gewinnen. Ich bin ja jetzt hier nicht so gerade... Oh, was war denn hier los? Ich habe mich nicht mit Ruhm bekleckert in der Kupfenphase. Hast du denn irgendein Spiel was gerissen? Ich weiß das jetzt ehrlich gesagt. Äh, nein. Ich habe nichts bis gar nichts gerissen. Oh! Ich muss sagen, mein Torwart war immer spitze. Das ist auch heute meine Hoffnung. Also du bist jetzt so die Ober-FIFA-Zockerin, ne? Totally. Na klar, was sonst? Ich suchte nur noch das. Die ganze Zeit FIFA. Komm, Hulk. Mach mal was. Werd grün und werd geil. Wow! Wow! Das war... Ich finde, das ist schon viel zu sehr in unserem Bereich. Das gefällt mir nicht. Wow! Mann! Was? Alter, der Torwart. Was ist da los? Dieser Torwart, bravo, ist halt der Beste. Was soll man machen? Bravo. Der wechselt zu... Ich meine, der wechselt zu Barcelona. Das weiß ich jetzt leider nicht. Ich meine, ich hätte es zumindest gelesen. Na! Ja, 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 ja. Was ist denn das für ein Mist? Ich würde sagen, ich habe Einwurf. Die hätten mal Fruchtzwerge essen sollen. Dann wird es was größer geworden. Ja, aber hallo. Scheiß. Oh, der war echt schlecht. Das war der Wind. Guck mal, heute ist auch... Regnerisch. Mir ist aufgefallen, ja. Ich weiß nicht, ob das bei dir so aufgefallen ist. In jedem FIFA-Orakel, das wir Peats-Meet-Leute gemacht haben, hat es geregnet. Ein böses Omen. Und immer Standard drin haben. Ey, ich möchte mein Tor. Krieg dir die Krise. Wir nehmen zu dem Zeitpunkt auf, mal für die Zuschauer, wo... Wer ist draußen? Drei Gruppen stehen jetzt fest. Wer im Finale, äh, wer im Achtelfinale ist. Im Finale, ja. Gruppe B, Gruppe... Gruppe B, Gruppe A und Gruppe B. Ähm, was machst du hier? Weg! Wie war's? Oh, dieser Torwart. Bester Mann. Das ist der Hammer. Muss ja mal gleich echt nirgends vorschießen. Das geht ihm gar nicht. Nein. Finde ich nicht so gut. Ach, doch, doch, doch. Nein, 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 nein. Jetzt, so, pass auf, der Willian, der läuft jetzt erst mal an. Dieht jetzt nach innen. Oh! Und schießt. Oh, nein! Und daneben! Knapp vorbei ist auch daneben. Kann nicht wahr sein. Also, ich muss sagen, es ist halt dein Verdienst, ne? Was soll man machen? Ja. Krieg dir noch rein, keine Angst. So, jetzt ist er weg. Nein, 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 nein. Geh! Was? Ja, ohne Scheiß. Jetzt dachte ich schon. Der war aber geschenkt. Der war sowas von geschenkt. Ja, der war, der Erste hätte schon reingemusst. Oh Gott. Der Erste hätte schon reingemusst. Ja, hätte. Das ist ein Abstauber. Hätte, hätte. Oh Gott. Da war die Abwehr etwas durcheinander. Ja? Die war wohl abgelenkt. Verdammt. Wie tippst du denn mal jetzt so? Also, ich glaube, wie tippst du das Spiel? 3-2 für mich. Also, jetzt nicht das Orakel. Okay, das 3-2 für dich, da habe ich was gegen. Aber jetzt halt so das richtige Spiel. Meinst du, Chile kommt wirklich weiter gegen Brasilien? Es ist so schwer zu sagen. Ich meine... Es ist wirklich schwer zu sagen. Ich meine, wir haben Spanien rausgekickt, aber gegen Niederlande haben wir es echt verkackt. Ähm, es ist ultra schwer zu sagen. Ich kann Brasilien so jetzt nicht einschätzen. Ich finde das schon mal voll geil, dass du schon diesen Wir-Charakter hast mit Chile. Ja, meine Mannschaft. Finde ich so cool. Ich sollte noch meine... Staatsangehörigkeit ändern bald. Okay. Ja, okay. Ich weiß. Ähm. Was ist das für ein Rumpengegurke hier? Ich weiß ja nicht. Du brauchst mal hier ein paar Tore. Ey, hast du mich gefoult, Junge? Nein, habe ich nicht gefoult. Wow, das war schon ein Torschuss. Oh. Da war dein Torwart aber angestrengt. Ja. Oh, nee, mach es durch. Oh, nein. Nein, nein, nein. Weh, weh. Ah. Was? 2-0. Was? Was? Warum steht da niemand am Tor? Der Torwart kann ja nicht alles halten. Bah. Okay. Ich habe ja so getippt. Also ich muss noch jetzt 2 Tore schließen. Ey, jetzt musst du noch 3 Tore schließen. Ja, eben. Da habe ich mir was vorgenommen. Und das war ein super Schuss. Auf jeden Fall. Hast du irgendwie die Tasten vertaucht? Spielst du mit Tastatur? Äh, nein. Hier, Controllerbeweis. Hm. Nein. Oh mein Gott. Ja. Zack. Kaboom. Klar. Hey. Kann nicht nachlässig hier werden. Hey. Hey. Wir müssen direkt hier nachlegen. Im Regen vorne weiß ich nicht wo. Der Jay spielt aber auch aggressiv hier, muss man sagen. Wie wäre es mit Nope? Wie wäre es mit... Jawoll. Was? 3 zu 0. Oh mein Gott. Das sieht sehr bitter aus für die Chilenen. Wunderschöne Flanke auf Hulk. Das kann ich so nicht... Das kann ich nicht ertragen. Ah. Warum schießt der Tabina? Lass ich den Ball aber nach vorne schießen. Ich merke es. Oh. Oh. Schlecht. Ah. Dankeschön. Schöner Pass. Danke. Und wie wäre es mit dem Torschuss? Wie wäre es mit dem Torschuss? Oh. Du, der war ganz schön nah. Ganz schön nah. Ich hätte jetzt Angst gehabt an eurer Stelle. Ja, es war schon wirklich knapp. Muss ich sagen. Nein, der kann sich mal abnehmen, Chilene. Ne, Alves. Nein, nein. Oh, fast. Und da abgestaubt. 29. Das darf ich so nicht weitergehen. Neymar mit dem 4 zu 0. Oh, die Chilenen. Die haben so schön gespielt in der Hintergrund. Da haben die Spanier abgezogen. Aber gegen Brasilien sehen sie kein Land. Ich muss ehrlich mit euch sein. In Chile hat er etwas Schlechtes gegessen. Deswegen schießen die auch immer nach links. Okay. Was gibt es denn da mal zu? Was gibt es denn? Was ist denn? Kennst du so ein Nationalgericht von Chile oder sowas zufällig? Oh nein. Vielleicht Bohnen. Und das 5 zu 0. Herr, dein Idiot. Oh Gott. Ich möchte bitte Halbzeit. Wäre vielleicht gut, wenn der Trainer mal mit der Mannschaft spricht. Dass wir unser Essen ändern, ja. Oh Gott. Das ist ja auch alles geschoben wieder durch die FIFA, muss man sagen. Der Schiedsrichter hat mir ja auch 5 Elfmeter zugesprochen. Deswegen steht es 5 zu 0. Katja, warum komme ich nicht dazu, die einfach abzunehmen? Oh mein Gott. Du passt mir aber auch immer schön den Ball wieder zu. Ich bin zu nett einfach. Meine Güte. Es ist total lieb von dir, dass du mir die Bälle gerne bist. Ja, fürchterlich. Heute nicht. Oh. Oh. Oh, Junge, pass mal auf. Jetzt habe ich gespielt. Oh, Junge, pass mal auf. Was war das denn? Was war das? Was war das? Oh, der war knapp. Ich hätte jetzt Angst gehabt an deiner Stelle. Auf jeden Fall. Ich, warum kann ich den? Nein, das ist schon wieder. Nein. Weh, weh. Lieber ins Aus, du. Ecke. Mein lieber Herr Gesang. Nein. Danke. Hätte das 6-0 noch sein müssen. Ich muss doch eher den Sack zumachen. Kein Sack. Davon halte ich nichts. Ja, jetzt habe ich den Ball. Und jetzt ist natürlich erst mal Halbzeit. Boah, man könnte sagen. Oh Gott. Das Ergebnis ist ein bisschen unwahrscheinlich zur Halbzeit, sage ich jetzt mal. Also ich glaube nicht, dass das wirklich so sein wird. Nein. Brasilien kann froh sein, wenn die wirklich 1-0 in Führung sein sollte. Ja, weil Chile ist ja auch sehr stark. Außer hier. Sind sie. Ach, sie werden von Julie Wörsel gespielt. Ja, aufpassen. Guck mal, ich finde es hier toll. 36% Ballbesitz. Ja, immerhin. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. Läuft. Jetzt hauen wir es unbedingt raus. Ja, jetzt haust du einen raus. Jetzt haue ich so raus. Und man sieht schon, wie ich es raushaue. Ja, jetzt lauf doch mal nach vorne. Was macht der? Das war so ein schneller Freistoß. Jetzt aber direkt machen können mit passen oder sowas. Oh, der war knapp, mein Freund. Ja, hätte der jetzt. Ja. Oh. Jetzt ist er ganz schön beschäftigt, dein Torwart. Was sagst du jetzt? Ich weiß auch nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich glaube, die Schweißperlen, die sind schon auch was Stieren. Die wirst du dir heute vielleicht noch oft abwischen müssen, also. Alter! Was macht der da? Bei den Nebenköpfen. Kein Ding. Kann man ja mal machen. So. Jetzt hier. Wer es kann. Zack. Zack. Was? Dankeschön. Mein Gott. Dankeschön. Und Schuss. Während der Chilene mal ein bisschen schneller. Nein. Das war falsch. Ja. Ja. Schüss. 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 Oh Gott. Es ist spannend. Es ist spannend. Ich habe noch sechs Tore aufzuholen, mindestens. Ja. Katja. Ja. Ich halte einfach jetzt den Ball. Oder du gibst ihn mir. Mach vielleicht noch ein, zwei Tore. Nein. Wie wäre es mit Nope? Und hier rüber. Sehr gut. Zack. Ich habe da jetzt eigentlich kein Problem. Guck mal hier. Danke. Deine Spieler laufen sich ja schon gegenseitig kaputt. Oh. Die haben halt so viel Energie. Aber ich sage danke. Sehr nett von dir. Was? Muss sie nicht auf den Boden legen für mich? Ja, doch. Doch, doch. Er ist ausgemutscht. Das ist ja regnerisch. Boden ist glatt. Gott. Jetzt aber. Zack. Zack. Was läuft denn sonst auch immer so auf deinem Kanal? Zack. Äh, Battlefield. Um mal ein bisschen Werbung zu machen. Battlefield. Battlefield. Ja, ich liebe Battlefield. Da bin ich auch nicht so schlecht wie in FIFA. Äh, vier, ja. Oder drei. Vier. Hast du schon Hardline gezockt? Ich habe die Beta. Wie fandst du die? Ja, man weiß ja, es ist sehr umstritten. Aber tatsächlich ist es nicht so der Burner. Nicht so der Burner. Also, ich fand es jetzt nicht so scheiße. Also, wie alle sagen. Ja. Aber ich bin auch eher so der Call of Duty Spieler. Und Hardline geht halt irgendwie auch ein bisschen schneller von da an, finde ich. Der war gut. Vier oder drei. Weiß nicht. Ich habe mich schon in Battlefield verliebt. Da kann ich nichts machen. Kann auch kein Hardline dazwischen funken. Gibt es das denn auch am PC oder was? Ja, PC. Ah. Sehr gut. Bin PC-Zocker. Sympathisch. Ja, gell. Ah! Das finde ich nicht so sympathisch. Nein! Warum hält er denn den Ball so fest? Gehst du mal weg! Gehst du mal weg! Gehst du mal weg! Nein! Oh Gott! Gott im Himmel oder sonst so. Hat der eine von dir ein Afro? Ja, der hat ein Afro. Wenn ich Pech habe, bleibt der Ball da drin stecken. Haha, ich habe dich gut abgelenkt, ne? Auf jeden Fall. War das ein Foul? Ich glaube, das war ein Foul. Ich glaube, ich habe da jetzt einen richtig geilen Freistoß. Ich glaube, ich habe einen... Okay, vielleicht darf ich das doch tun. Schuss. Okay, so, jetzt pass mal auf. Jetzt wird der Hull richtig anlaufen. Werdet ihr jetzt gleich richtig rechts in die Ecke schießen. Jetzt machst du es links, oder? Ich renne im Tor um. Der rechts. Gehack! Gehack! Oh! Yes! Scheiße! Oh, das war aber nicht so gut. Wie weit war der daneben? Sehr, sehr weit, sehr weit. Der Torwart hat gesehen, da musst du gar nicht springen. Noch ein bisschen üben, hä? Wie wär's? Ja, ich merke das schon. Dann gib mal den Ball her. Hast du mich schon wieder gefoult? Ey! Was? Das ist ja wohl lächerlich. Junge, Junge. Wer sagt denn hier schon wieder gefoult? Ich wollte nur den Ball haben. Und mir voll in die Sehne reingekickt. Das tut mir jetzt schon weh. So. Weg hier. Und bei dem Ergebnis brauchen die Chilenen auch kein nächstes Spiel mehr. Da können die erstmal alle verletzt sein. Das waren böse Worte von jemand, der gerade eine gelbe Karte kassiert hat. Weg hier. Ah! Ah! Mann! So, jetzt kopfvoll. Komm, 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 komm! Nein! Dieser Scheiß Torwart. Oh, bravo. Dem küsse ich noch die Füße. Der ist echt Hammer. Außer fünfmal. So, heute. Oh! Ach, komm. Ach, ja, komm. Zack! Hey! Was machten die denn? Ah! Das hätte nicht... Nein, 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 nein. Nein, der war falsch. Der war falsch. Dankeschön. Oh, das war so Gentleman-like von dir gerade. Ja, auf jeden Fall. Aber beim Spiel... Meine Oma sagte immer, im Spiel kennt man keine Freunde. Ah! Oh, Quatsch. Ich glaube, ich habe heute die Schweißperren. Aber es ist mittlerweile gar nicht mehr so warm. Ganz angenehm. Die Zeit. So. Jetzt nehme ich mir den. Nein! Ja, nein, ja. Was hier? Ja, nein, ja, nein. Ja, nein, ja, nein. Ah! Wie! So, wunderschöner Doppelpass und Franke. Nein, finde ich nicht so schön. Und weg! Und weg mit dem Ball. Mach' den doch rein. So, ich finde, ich sollte jetzt noch schnell ein Tor schießen, um unsere Ehre zu retten. So, mindestens fünf. Weil die Chilenen haben mehr verdient als mein schlechtes Spiel. Ah! Weg! 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 Aber auch ein Tier, der Willen. Mein Gott! Oh, weg! Weggebatzt, Junge. Ah! Ah! Ist das so aufregend? Oh, mein Gott. Oh, ja. Wunder! Nein, 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 nein! Boah! Das war so schön. Das war so schön. Das war nicht schön. Zack! Bam! Da hätte er fast ins Gesicht geboxt. Was ist denn jetzt los? Was? Warum? Hauptsache, dein Luis hat Locken. Ja! Guck mal, den hättest du fast ausgenockt, den armen Afro. Das ist kein Afro, das sind Locken. Habe ich gerade gesehen. Ich kann aber auch einen mit Afro einwechsen, wenn ich will. Ja, macht doch. Ja, ja, aber den habe ich jetzt nicht. Mit dem Dante einwechsen, von Bayern. Okay, ein andermal. Locken sind ja auch cool. Okay. Jetzt. Danke. Oh, der war so putzig. Das Tunneln hat nicht geklappt. Hat echt nicht geklappt. Da brauche ich mich auch nicht mehr hier anstrengen. Der geht ins Aus. Jetzt lässt er sich Zeit, hä? Nö. Nö. Wir gucken, ob ich hier mal diesen wunderschönen Pass ane, der fällt übers Spielfeld. Weg aus meiner Hälfte. Ich würde jetzt eigentlich noch gerne ein Tor machen. Da kann ja nicht sein, dass ich hier eine Halbzeit kein Tor hinkriege. Wer ist denn da für ein Scheiß? Die Halbzeit gefällt mir besser als die erste, muss ich sagen. Ja, gerade keinen Ball nach vorne. Vielleicht strecken sie auch meine Spieler nicht mehr so an. Die haben keinen Bock mehr zu laufen. Ecken sind eh durch. Ich muss ja auch bei so einem Turnier Kraft sparen. Da. Ma. Ja. Aber auch immer noch gerade richtig da. Wo stehen jetzt hier überall voll viele Spieler? Ey, ja. Da geht's noch? Warum? Ja, faul. Wollte ich gerade sagen, ey. Ja, was warst du denn da jetzt? Also ich jag nur den Ball hinterher. Der ist drin. Der ist nicht drin. Ja, was? Zweimal lasse, willst du mich verarschen? Das ist ja wohl ein Scherz. Das ist so genial. Mein Gott, ey. Es kann nicht wahr sein. Was eine Chance. Voll gut. Gut, dass es jetzt nicht irgendwie 0-0 steht oder sowas. Ey, würde ich aber jetzt hier dem Pet in die Gegend werfen. Herrlich. Herrlich. Das muss so bleiben. Das muss so bleiben. Locki, locki. Kann sein. Der absolute Oberhammer. Latte aus der Pfosten, ey. Oh Gott. Achso, nochmal. Ja, du darfst nochmal. Wusste ich nicht. Da ist es. Was? Nein, nein, nein. Was ist das? Ja, da ist es. Nein. Ja. Endlich. Nein. Die Agushe war. Wunderschön. Wunderhässig. Mein Gott, ey. Das war jetzt schon wieder gegen die Latte. Dann irgendwo quer gelegt und dann war er ja dann letztendlich drin. Mein Gott. Bravo, was hast du nur getan. Was eine Schwergeburt. Ja. Was eine Schwergeburt. Nein, sind wir etwa schon durch? Oh Gott. Ja. Nein. 6 zu 0. Brasilien gegen Chile. Das Orakel ist eindeutig für Brasilien, würde ich sagen. Ja. Ich denke auch, dass das ein 3 zu 2 in der Verlängerung für Brasilien, glaube ich allerdings, wird das enden. Ich glaube, die werden 2 zu 2 in der 90. haben und dann ist ja Verlängerung. Und dann denke ich, dass Brasilien noch das eine Tor irgendwie hinkriegt. Oder die Chilenen. Fürs Ora, äh, für, 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 nee, 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 Brasilien wird weiterkommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja. Mein Tipp ist auch, Brasilien ist doch ziemlich stark, ähm, aber ich wünsche den Chilenen voll viel Glück. Die haben auf jeden Fall das Potenzial, da noch was rauszureißen, wie schon gegen Spanien. Das tue ich auch. Also ich, also ich freue mich wirklich auf das Fußball. Ich glaube, das ist jetzt ein ziemlich cooles Spiel. Oh ja. Das wird interessant. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, vielen Dank, äh, Juli Wörsel. Klar. Ja, ich danke dir. Für dieses wunderschöne Spiel. Ja, das war sehr lustig. Und ja. Bedankt fürs Zusehen, würde ich sagen. Ja, dankeschön. Bis dann. Haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.